kurze wasserpause zwischenstand ich bin jetzt am kanal bei herrne immer wieder gibt es paar strecken wo ich da nicht direkt weiter fahren kann jetzt bin ich eigentlich gut gelichtet so ist besser es gibt einige strecken wo ich nicht so direkt weiter fahren kann dann muss ich schon wieder einen umweg von keine ahnung fünf kilometer in kauf nehmen naja auf jeden fall am kanal ist es sehr schön windig und sehr kühl weil hier die ganze zeit ja windzug weht und schöne gegend und ja ich schätze mal ich werde nächste mal kurz hinterm zoom noch mal eine wasserpause machen gut dann bis gleich